Hier bei den Trockmann und heute ist ein Platz ein, für die es hier ist, die jetzt am Ende ist, und ich, die Erkrankung, und ich bin jetzt mal gar nicht da. Ich bin auch eine Röhreinung geworden. Ich sage Ihnen noch tschüss, bis morgen und viel Spaß ist mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.